Hallo Leute, ja und jetzt mal eine versteckte Trophäe, nachdem wir hier sind, nehmen wir mal uns eine Waffe, da ist Colonel Shepard und die knallt da einfach ab. Und jetzt zwar werdet ihr rausfliegen, aber ihr bekommt die Trophäe, töten sie Colonel Shepard. Ich weiß nicht warum wir nicht erste Wahl sind, wir Rangers können eigentlich alles was die Trophäe machen.